Hey liebe Blubber Family und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Ankaske Blubber. Ich habe euch heute mal wieder ein Unboxing mitgebracht und zwar hat mich das Needful Things Wanderpaket erreicht. Vielleicht kennt ihr das Paket bereits und habt es entweder bei mir oder bei einer der anderen Teilnehmerinnen auf dem Kanal gesehen. Es ist ein Kunterbundeswanderpaket, Needful Things sind enthalten. Wir haben drei feste Komponenten, das heißt es sind immer Bücher drin, es sind immer Beautykrams drin und es sind immer Düfte drin. Und ja, eben was noch so in die Kategorie Needful Things fällt. Dieses Paket wandert in einem abgesteckten Kreis. Ich verlinke euch alle Teilnehmerinnen unten in der Videobeschreibung. Es sind YouTuberinnen und Instagramerinnen dabei. Und ja, wenn ihr da mal reinschaut, dann könnt ihr das Paket auf seiner Reise verfolgen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr bei den Kolleginnen mal vorbeiguckt, bei den anderen Teilnehmerinnen und liebe Grüße und vielleicht sogar ein Abo da lasst. Wenn ihr dieses Paket auf seiner Reise schon so ein bisschen verfolgt habt, dann ist euch eventuell aufgefallen, dass es mich einmal übersprungen hat. Das ist nicht so ganz richtig. Ich habe es nur nicht hier auf YouTube ausgepackt. Es hat mich während meines Umzugs bzw. während der heißen Phase meines Umzugs erreicht. Und da hatte ich weder Zeit noch Nerven, ein Video zu drehen. Das heißt, ich habe es in Ruhe für mich ausgepackt, habe mir Sachen rausgenommen, habe neue Sachen wieder reingelegt und es weitergeschickt. Das ist ja das übliche Konzept eines Wanderpakets. Ja, und jetzt freue ich mich, dass ich das Paket mal wieder gemeinsam mit euch auspacken kann. Gut, bevor wir hier jetzt gleich einen Blick ins Paket werfen, noch eine kleine Ankündigung. Ich möchte nämlich ein weiteres Community-Wanderpaket auf die Reise schicken. Ihr kennt vielleicht meine anderen Community-Wanderpakete. Aktuell sind Bücher-Wanderpakete, ein dürfteliges Wanderpaket und mein All-In-Wanderpaket unterwegs. Mein viertes soll jetzt ein veganes Paket sein, ein Vegan Food and Beauty-Wanderpaket. Es gibt dazu noch keinen Info-Beitrag, aber die Anmeldung ist schon online. Wenn ihr also Lust habt, an diesem Wanderpaket teilzunehmen, ihr müsst dafür weder YouTuberin sein, noch irgendwie einen Beitrag irgendwo anders verfassen. Ihr müsst einfach Lust haben, an diesem Wanderpaket teilzunehmen, das wirklich ausschließlich vegane Produkte aus den Bereichen Beauty and Food enthält. Meldet euch gern an. Aktuell ist die Liste noch so kurz, dass es sich noch nicht lohnen würde, das Paket auf die Reise zu schicken. Aber ich zähle auf euch, liebe Blubber-Community, liebe vegane Community. Ich habe so Bock auf dieses Paket und würde mich so freuen, wenn es zustande kommt. Also wie gesagt, ihr braucht keinen Beitrag dazu verfassen. Ihr tauscht einfach, ihr nehmt das raus, was ihr haben möchtet und legt dann Sachen von euch wieder ins Paket. Übliche Ablauf schickt es innerhalb von sieben Tagen weiter und fertig ist es. Also wenn ihr Lust habt, meldet euch gern an. Ich packe euch den Link in die Videobeschreibung, den Anmeldelink. Gut, so, jetzt aber reines Paket. Einmal das Notizbuch. Dann haben wir hier, was bist du? Warte mal, oder fang ich vielleicht mit diesem kleinen Säckchen hier an. Da haben wir, ah, das ist das Katzenspielzeug-Säckchen. Da muss ich mal gucken, da sind bestimmt auch noch Sachen von mir drin, die ich reingelegt hatte. Muss ich durchgucken, vielleicht nehme ich auch was für meine Mäuse raus. Mal gucken. Ja, und dann geht es auf jeden Fall weiter. So, was haben wir? Ah, süß, genau. Das hatte, ich glaube, das war die liebe Sophie, ins Paket gelegt. Es war auch schon bei mir, das ist verschiedenes Katzenfutter. Ich hatte es aber nicht rausgenommen. Es ist weitergewandert, sodass die Knabbersachen hier, die Katzenfutter-Sachen zu Sophie zurückgekommen sind. Wir haben immer eine Last Chance-Runde. Das heißt, wenn Sachen, die man selbst ins Paket gelegt hat, zu einem zurückkommen, dann posten wir in unserer WhatsApp-Gruppe ein Foto da vorne, rufen die Last Chance aus. Und die Teilnehmerinnen haben dann nochmal die Chance zu sagen, hey, ich möchte das Produkt doch haben, dann packen wir es nochmal ins Paket. Und ich dachte mir, dass ich hier mit diesen leckeren Katzen-Snacks unseren Katzis bei Moppel-Hoppel eine Freude machen könnte. Deswegen sind die Sachen zu mir gekommen. Alright, was haben wir hier? Es knistert, es knistert. Es ist eine... Ist das eine... Oh! Das ist so eine Stretch-Hose. Mega cool. Aber auch wenn sie Stretch ist, da passe ich nicht rein. Süße Idee. Schön, wenn man sowas weitergeben kann. Aber für mich leider nicht. So, weiter geht's mit diesem Beutel. Und da haben wir Beauty-Gram-Sieh drin. Zum einen eine Maske, reinigende Maske, weiße Tonerde und Zink. Das ist so eine Crememaske. Ich glaube... Nein, die zieht weiter. Dann eine Maske von Bullrich, die kenne ich schon. Eine Maske von Beauty-Gram-Ultimate Glow-Mask. Hydrogen-Maske mit Niacinamid und Vitamin C für einen makellosen Teint. Wer ist schon makellos? Silikonfrei, Peter-Approved. Interessant. Ich würde die Maske aber, bevor ich sie nutze, mal scannen, ob die von den Inhaltsstoffen für mich okay ist. Falls ja, dann nehme ich sie raus. Eine weitere Maske. Oh, das ist eine koreanische. Niacinamide with Black Bean Essence Mask Sheet. Also auch nochmal eine Tuchmaske. Die zieht weiter. Und hier, oh, von Isana. Eine pure Feuchtigkeitsmaske. Sofort-Effekt. Und das klingt sehr gut. Wie sieht es aus? Vegan, cruelty-free, cruelty-free, yes. Aber vegan steht jetzt auf den ersten Blick nichts drauf. Muss ich prüfen. Falls sie vegan ist, dann darf sie bei mir bleiben. So, und dann haben wir hier noch zwei UV-Lacke drin. Ich arbeite nicht mit UV, deswegen sind die für mich uninteressant. Aber es ist schon eine schöne, korallige Farbe. Gefällt mir an und für sich schon. Ziehen weiter. Und dann haben wir hier in der Beauty-Tüte noch zweimal so Sammelkarten. Magic the Gathering. Sagt mir gar nichts. Kennt ihr das? Ich kenne es nicht. Tütebeinung. Alright. Wir kommen zum nächsten Tütchen. Wobei das scheint leer zu sein, das Täschchen. Jupp, das ist leer. Dann haben wir hier eine ganze Packung Wintertee. Winterzeit mit Spekulatius-Geschmack. Bist du denn vegan? Da habe ich leider bei Teekanne schon sehr traurige Erfahrungen machen müssen, dass einer meiner Lieblingstees leider nicht vegan ist, weil diese Früchtetees, die dann gesüßt sind, oft mit Honig gesüßt werden. Und das ist ja nichts für mich. Aber hierbei handelt es sich um einen veganen Tee. Es ist aber auch 12% Zimt drin. Und damit habe ich ein Problem. Deswegen zieht der Problem... Deswegen zieht der Problem-Tee weiter. Ah, und hier haben wir die schöne Dose. Die ist echt toll. Die Welt gehört dem, der sie genießt. Eine wunderschöne, aktuell leere Dose. Da steht drauf Happy Birthday. Geht raus an Steffi. Steffi hat heute Geburtstag. Also nicht, wenn das Video erscheint, sondern heute, wenn ich das Video drehe. Liebe Steffi, sie ist auch Teil unserer Runde. Ich wünsche dir alles, alles Liebe zum Geburtstag. Du bekommst das Paket als nächstes. Deswegen lassen wir das doch mal drinnen. Okay, da haben wir einmal ein Paket für Sophie. Und hier ein Workbook. Die Lerche und die First. Dancing in the Moonlight. Zyklus Weiblichkeit, Sexualität. Okay, das ist natürlich interessant. Ja, finde ich eine schöne Sache. Schicke ich aber weiter. Ja, dann haben wir hier unseren Umschlag mit Lesezeichen und Postkarten. Ist da was dabei? Ich glaube, das gucke ich nachher in Ruhe durch und zeige euch gegebenenfalls das, wenn ich euch... Zeige euch dann gegebenenfalls etwas, was ich hier rausgenommen habe. Okay, Gott, das war jetzt schwierig. So, wir machen schnell weiter mit dem nächsten Teil. Da haben wir hier einen Block. Get Things Done. Oh, schön. So was mag ich total gern. Dann ist es vor allem für diejenigen geeignet, die vielleicht gar nicht so ihr eigenes Bullet Journal führen oder da mal so reinschnuppern möchten. Es ist eine To-Do-Liste, die man täglich führen kann mit sieben Prioritäten. Man kann sich vermerken, was gut geklappt hat. Man kann sich Ziele setzen. Ja, ich habe meinen Planner. Ich brauche diesen hier nicht. Okay, jetzt kommen Boxen hier, oder? Moment, jetzt nehmen wir erstmal das raus. Die hatte ich reingelegt. Das ist eine Diamond Painting Taschentuchbox. Wollte keiner haben. Ich nehme sie wieder raus. Oh, hier wurde gut aufgefüllt. Das ist unser Täsch hier mit allerlei Tee und weiteren Getränken. Gucke ich mir an, tausche ich gegebenenfalls aus und schicke sie dann weiter. Dann kommt... Lasst uns doch mal hier... Boah, das ist alles so voll. Da musste Yvonne wirklich ordentlich Tetris spielen. Sie hatte das Paket vor mir, hat aber wunderbar verpackt. Okay. Ah, wie cool. Den habe ich schon in den anderen Videos gesehen. Das ist ein Wichtel und zwar in lila. Und ich liebe diese Weihnachtswichtel. Ich habe bereits zwei. Und ja, wer zwei sagt, muss auch drei sagen, oder? Der bleibt bei mir. Dann haben wir hier dieses Täschchen. Zack, auf. Oh, ganz viel Beauty. Und oh, das finde ich hier schön. Ich finde das total süß. Das ist so ein Haarband, Haarkranz. Möchte ich mal ausprobieren, wenn ich keine Mütze aufhabe? Probiere ich aus und wenn er mir gefällt, behalte ich ihn. Also wenn er mir an mir gefällt. So finde ich ihn ganz süß. Oh, wir machen mit weiteren Masken direkt weiter. Wir haben eine Balea-Tuchmaske oben mit Pfirsich. Ich liebe Pfirsich, ne? Fruity Peach. Da werde ich wahrscheinlich schwach. Ich habe schon zwei mal in die engere Auswahl genommen. Zwei Masken, ne? Dann kommt auch die dritte direkt dazu. Aber ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich habe in den letzten Tagen auch fleißig Masken aufgebraucht und kann mein Vorrat wieder ein bisschen auffüllen. The Body Shop, Vitamin C, Glow Sheet Mask. Oh, das klingt auch interessant. Vegan und cruelty free. Ich packe es mir auch mit auf die Seite, aber ich werde mich am Ende vielleicht nur für zwei Masken entscheiden. Aber so habe ich dann zumindest eine kleine Auswahl hinter mir liegen. Bubble Sheet Mask. Oh, wow. Mit Kohle. Ich habe sowas noch nie ausprobiert. Das ist so eine schwarze Maske und die fängt dann an zu schäumen. Bubble spricht ja für mich, ne? Bep, 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 bep. Aber ich gehe davon aus, dass wir hier wahrscheinlich nicht vegan und auch nicht cruelty free sind. Zumindest ist es so nicht gekennzeichnet. Zieht weiter. Wir haben ein Badesalz. Salz under the mistletoe. Das wandert auch weiter. Oh, schön. Dann haben wir hier solche Abschminkpads. Das sind aber ganz dünne, oder? Ich liebe ja so wiederverwendbare Abschminkpads, ne? Aber diese ganz dünnen... Wobei, die könnten schon wieder gut sein. Ja, packe ich mir auch mal auf vielleicht. So. Oh, von Koro. Tahin. Finde ich spannend. Finde ich spannend. Aber ja, ach, weißes und schwarzes Tahin. Das ist natürlich echt interessant, ne? Aber, nein, ich muss erstmal meine kleinen Tiegelchen, Soßen und Gewürze etc. Ich muss die alle echt mal aufbrauchen, bevor ich meinen Schrank wieder neu befülle. Deswegen ziehen die mal weiter. Wenn sie zur Yvonne zurückkommt, dann wäre es vielleicht was für mich. Dann melde ich mich nochmal bei der Last Chance. Aber jetzt gebe ich erstmal den anderen Mädels eine Chance. Gut, dann haben wir hier... Was bist du denn? Lidschatten-Duo von My Little Beauty. Oh, das ist sowas süß. Das sind so ganz dezente Farben eigentlich eher, ne? Finde ich sehr süß. Aber brauche ich aktuell nicht. Dann Super Booster. Oh, von Eliza Jones. Super Booster Blemish Control. Das ist, glaube ich, nichts für mich. Wandert weiter. Hier haben wir... Oh, von Lavera. Glow by Nature Serum. Oh, mit Vitamin C. Okay. Anti-Müdigkeitseffekt. Das finde ich sehr gut. Und Lavera finde ich großartig. Eine ganz tolle Kosmetikmarke. Vegan, Naturkosmetik, klimaneutral. Cruelty-free. Das Produkt werde ich mir auch mal näher anschauen. Bei Vitamin C. Da muss ich jetzt mal überlegen. Wobei da ist nichts... Keine Säure oder was mit drin. Weil es gibt ja so Seren- und Peeling-Gedönse, was man sich aufträgt. Das hat auch oft irgendwie Vitamin C drin. Kann das sein? Und man muss danach auf jeden Fall Sonnencreme auftragen. Weil die Haut so angegriffen wird dadurch. Gucke ich mir an. Ist aber auf jeden Fall super interessant. Haben wir hier noch was? Ja, wir haben hier ein ganzer Säckchen mit einer Kette drin. Glaube ich. Oder ist es ein Armband? Gucken wir mal. Das ist ja schön. Das sieht ja richtig süß aus. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Wir haben hier zwei Ringe, die so ineinander greifen. Oh, schön. Werde ich mir mal überlegen. Ich weiß es noch nicht zu 100 Prozent. Aber Leute, ich liebe dieses Paket. Es ist so bunt. Und es ist auch jedes Mal so viel für einen dabei. Für jeden Geschmack ist was dabei. Ich meine, wir haben ja auch unser Buch in, dass wir eintragen, was wir mögen. Zum Beispiel, sodass man da so ein bisschen drauf achten kann. Und man Sachen ins Paket legt, dass es auch jemandem gefällt. Warte mal, die wollte ich mir rausnehmen, die Kette eventuell. Weil, ja, ich liebe es einfach, in diesem Paket zu stöbern. Und ich liebe es auch, mir die anderen Videos anzugucken. Es gibt eine Playlist zu diesem Wanderpaket. Verlinke ich euch natürlich auch in der Videobeschreibung. Hier haben wir ein Eyeshadow, der so schön ist. Wow. Das ist so ein richtig, richtig toller Ton. Passt jetzt nicht so zu meinen Augen. Ich trage jetzt so bläuliche. Ah, wobei, das geht ja auch schon ins Grüne, ne? Trend it up. Wie sieht es da aus mit vegan und cruelty free? Bin ich mir nicht sicher. Vielleicht, okay. Weiter geht es mit dieser Box. Das ist ein, genau, das ist dieser Adventskalender. Ein Krimi-Adventskalender. Finde ich eine super süße Idee. Aber ich glaube, ich brauche ihn nicht. Deswegen darf der weiter. Dann, oh, wir haben diesmal echt super viel Beauty-Kram drin. Wahnsinn, okay. Wir haben hier Peeling Blue. Peeling Blue, Peeling Blue. Irgendein Peeling, hä? Das ist dein Peeling-Handschuh. Cool. Ja, ich benutze einen Peeling-Schwamm. Deswegen brauche ich keinen zusätzlichen Peeling-Handschuh. Aber eine coole Idee. Okay, dann von New Key. Den habe ich, glaube ich, reingelegt. Das ist ein Conditioner. Aber mit Conditioner kann ich persönlich ja nicht so wirklich was anfangen. Für diejenigen, die zum ersten Mal heute hier sind. Huch, hi. Schön, dass ihr da seid. Ich habe übrigens kurze Haare. Deswegen brauche ich keine zusätzliche Haarpflege. Den nehme ich raus. Beziehungsweise packe ihn mal in die Last Chance. Von Santhe haben wir hier dieses riesige Family-Duschgel. Wow. Ein richtiger Oschi. Duft ist Bio-Kokos und Vanille. Not for me. Aber wisst ihr was? Da kann ich mal meine Mama fragen. Aber ich weiß gar nicht, ich mag die Kokos. Oh ja, das ist halt echt... Ja. Ich frage sie mal. Von Altera. Oh, schau, deine Haarkur. Kein Shampoo. Eine Glanzhaarkur von Altera. Super cool. Aber wie gesagt, Kuren, extra Pflege für meine Haare, verwende ich nicht. So, und hier haben wir Glossy Water. Bambus-Extrakt. Was bist du? Booster für sofortigen Glanz, bessere Kämmbarkeit. Also auch wieder was für die Haare. Könnte interessant für meine Mama sein. Dann werde ich sie mal fragen, ob sie was damit anfangen kann. All right. Oh, was ist das für eine schöne Box. Guckt mal. Wow. Die gefällt mir richtig gut. Richtig arty hier. Guck mal, du möchtest gucken, ne? Ja, ich weiß. Aber heute passt du nicht mit auf den Tisch, du. Uh, da haben wir was Feines. Was Feines, was Feines, was Feines. Pflanzlicher Schokopudding. Yummy. Und ein Grießbrei. Hm, einen von beiden werde ich mir rausnehmen. Ein Grießbrei. Hummel. Dass du immer und überall deine Nase reinstecken musst, ne? Ja, riecht wahrscheinlich auch schön nach den anderen Tieren hier aus der Runde. Hummel. Aber jetzt kann ich nichts mehr sehen und die Blubber Family kann auch nichts mehr sehen. Also hier werde ich noch überlegen, eins von beiden wird bei mir bleiben. So, weiter geht's mit einem, ach schön, das ist so ein Motivlicht. Richtig, richtig schön. Aber, äh, oh, ja, das ist, guck mal, da gibt es so ganz viele verschiedene von. Aber, äh, nein. Ich lasse es mal weiter wandern. Dann haben wir noch mal was von Koro, Sonnenblumenkernmus. Das ist bestimmt auch spannend, ne? Aber, es wandert weiter. Anker sei stark. Dein Lebensmittelschrank wird es dir danken. So, wir kommen zu Düften. Aber nicht zu Raumdüften, sondern zu Parfums. Hier haben wir einmal diesen Duft. Schnuppern wir mal. Oh, der ist schön. Gefällt mir gut. Aber was ist das für eine Marke? Um sie. Okay, werde ich mich mal informieren. Könnte was für mich sein. Dann, oh, das ist alles gut verpackt hier. Sind das auch Glasfläschchen, oder? Von Dresdner Essence, Love Hugs and Kisses, Aroma Booster Schaumbad. Zweimal verschiedene Schaumbäder. Da ich jetzt hier in meiner neuen Wohnung keine Badewanne mehr habe und auch die in meiner alten Wohnung nie genutzt habe, ziehen die auf jeden Fall weiter. So, dann haben wir hier eine Pflege für den Intimbereich. Dann ist einer meiner Düfte zurückgekommen. Das war dieser hier. Und hier haben wir eine Packung Milchreis. Brauche ich nicht. Ich habe noch Milchreis. Und deswegen zieht er weiter. Die nächste Box ist auch wieder so schön. Die zieht jetzt schon ein Weilchen mit. Die ist schon ein bisschen mitgenommen. Aber sie geht noch. Noch mehr Beauty. Das ist diesmal ein richtiges Beauty-Paket. Ich glaube, ich muss mal wieder ein paar mehr andere Sachen reinpacken. So, von Eveline haben wir hier Gesichtspads drin. Die brauche ich nicht. Dann, was bist du? Oh, wir haben hier ein schönes Armband. Da steht Believe drauf. Beziehungsweise Believe. Und dann drunter in Magic. Zieht weiter. Dann haben wir hier von Essence ein Blush drin. So einen gebackenen. So sieht er aus. Ist eigentlich ein schöner Ton. Aber ich trage so etwas nicht. Oh, dann haben wir hier ein Pure Lay Säckchen. Also schmucki, schmucki. Oh, und das ist eine schöne, schöne... Oh, die ist super schön. Eine ganz, ganz, ganz schöne Kette in Rosé-Gold. Die aber extrem lang ist. Man kann sie natürlich auch ein bisschen so höher tragen. Aber ich glaube, das ist mir viel zu friemelig. Wunder, 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 wunderschön. So, dann haben wir hier ein Brow Soap & Care drinne. Oh, und das hat Yvonne schon angekündigt. Genau, sie hat zahlreiche Pinsel ins Paket gelegt. Die brauche ich mir gar nicht so genau angucken, sonst verliebe ich mich noch in... Oh, guck mal hier. Oh, Leute! What's this? Das ist schon richtig, richtig, richtig genial. Liebe ich sehr, aber ich brauche keine neuen Pinsel. Ziehen weiter. Weiter geht's mit einem Stift für Tablet, Handy und Co. Dann haben wir von Nars ein Blush drinne. So ein Mini. Ja, auch wenn ich ihn nicht rausnehmen werde, bin ich doch neugierig und möchte mir mal anschauen. Boah, was für eine Verpackung, hey! Okay, jetzt muss er nur noch aufgehen. Wowie! Das ist auch ein schöner, schöner Ton. Hat einen tollen Goldschimmer irgendwie drinne. Wenn nicht sogar schon Glitzer. Ja, toller Ton. Sehr schönes Produkt, aber not for me freut sich jemand anderes drüber. Von Catrice haben wir dann hier noch einen Powder-Highlighter. Nutze ich aber auch nicht. Gut, hier auf dem Tisch sieht's aus, meine Güte. Uh, hier haben wir ein super schönes Perlenarmband. Sieht ein bisschen groß aus für mich. Ich probiere es mal an. Ich mag es nämlich nicht, wenn die Armbänder die ganze Zeit so rauf und runter flutschen. Ja, mir ist es definitiv zu groß. Zieht weiter. Also nicht Perlenarmband, das ist so ein Steinarmband. Sorry. Perlenarmband. Das ist was anderes, liebe Anka. So, meine Schnürsenkel sind zurückgekommen. Dann haben wir hier, uh, eine Palette. Eine sehr schöne Palette von Lever Loves Me. Greetings vom Lisbon. Wenn ich Lisbon lese, muss ich immer an The Mantellist denken. Wer noch? Ist die schon offen? Ja. Oh Mann, das sind schon knallige Farben. Viel Spaß beim Schminken. Cool. Ja, zieht weiter. Hier haben wir ein kleines Schächterchen. Da steht drauf Make-A-Wish. Und was bist du? Funkelnder Goldring. Okay. Guck da mal rein. Kann mir da jetzt nicht so drunter. Wow, okay. Hey. Tatsächlich ein Goldring. Ich trage ja hauptsächlich Silberschmuck, ne? Aber wenn ich da mal Goldschmuck trage, dann ist es natürlich auch schön, wenn ich da so einen passenden Ring zutragen könnte. Uh, okay. Vielleicht kann es sein, dass ich heute so ein bisschen aus dem Bild rutsche. Ich glaube, ich habe die Kameraeinstellung so ein bisschen blöd gewählt. Sorry dafür. Ihr schreit, wenn ich wieder rausrutsche, okay? Alright. Wir sind fast fertig mit der Box. Wir haben hier, das ist glaube ich, ja, das ist auf der Rückseite befindet sich ein Spiegel. Und das muss irgendwie ein Motiv von Game of Thrones sein, hat Yvonne gesagt. Gut, dann haben wir hier noch einen praktischen Brieföffner, aber ich bekomme so wenig Post, da brauche ich keinen extra Brieföffner. Apropos Post, wenn ihr Lust habt, hier zu schreiben, ihr findet in der Videobeschreibung auch meine Postfachadresse. Ich würde mich wirklich sehr über Post freuen. Und dann ärgere ich mich wahrscheinlich, dass ich den Brieföffnerdach nicht rausgenommen habe. Aber hey, das ist eine Herausforderung. Also, schreibt mir doch mal. Und verratet mir auch gern mal, was ihr von diesem Wanderpaket haltet. Das seid ihr auch so angetan wie ich. Also jetzt ist wieder so viel tolles Zeug drin. Ich glaube, das, was ich rausnehme, das wird ein Riesenberg sein, ne? Okay. Wir sind aber noch nicht ganz durch, Leute. Wir machen weiter damit. Ah, genau. Von Reishunger. Das ist eine Kochschürze. Hange ich jetzt nicht aus, weil brauche ich nicht. Wir kommen zur letzten Box und ich hoffe, dass da jetzt die Duftwachse drin sind. Yes, 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 yes. Ich habe nämlich in den letzten Wochen sehr, boah, Halleluja, sehr fleißig gedüftelt und könnte jetzt doch auch so ein kleines bisschen wieder meine Vorräte auffüllen. Asian Green Tea von Miss Curly Wax. Schnuppern wir mal dran. Der riecht gut. Riecht aber nicht nach grünen Tee, weil ich finde, grüner Tee riecht immer irgendwie so ein bisschen wie Heuwiese, also getrocknete Wiese. Hat aber auch so ein bisschen was Parfümiertes, was Seifiges. Äh, nein. Dann, der ist zu mir zurückgekommen. Vanilla Snow Angel nehme ich raus. Dann haben wir hier nochmal von Miss Curly Wax Vintage Lady. Kommt an so einem Pöttchen. Das ist so ein bisschen ein weicherer Duft. Mh, der könnte mir gefallen. Ich glaube, den packe ich mal auch vielleicht. So, dann, wow. Von Party Light, Sand Plus Melz. Mulberry. Ein ganz großer Pott. Guck mal. Huiuiuiuiui. Also manchmal mag ich bärige Düfte, manchmal nicht. Mal gucken, wie es hier ausschaut. Oh, das ist schon schön. Doch, ein sehr, 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 sehr schöner Duft. Da der jetzt aber noch so komplett ganz ist, würde ich mir da mal noch nichts rausbrechen. Vielleicht brechen sich die anderen Mädels ja mal was raus. Dann würde ich mir bei der nächsten Runde, wenn der noch drin ist, auch nochmal was rausbrechen. Aber ich glaube, den lasse ich mal noch ganz, falls ihn jemand ganz haben möchte. Aber wir haben ja zum Glück immer noch die Last Chance Runde, ne? Also den behalte ich mal im Auge. Dann Cringle Candle Cherry Blossom. Schnubber, Schnubbi. Schön, ja. Ein schön blumiger Duft. Könnte aber theoretisch ein Kopfschmerzkandidat werden. Zieht weiter. Dann haben wir hier ein kleines Bärchen, ne? Mystery Mix. Von Hohfühlmomente. Schnubbi, Schnubber. Ah, buh, nee. Das ist nichts für mich. Richtig miefig irgendwie. Manche nicht. Dann haben wir hier eine ganze Tafel. Miss Curly Wax. Jemmy Time. Schaut mal. Sieht aus wie so eine Schurki-Tafel. Ne, das ist eher ein herberer Duft, würde ich sagen. Aber auch zitrisch. Sehr zitrisch. Jetzt kommt die Zitrone durch. Kann aber auch so ein bisschen Grapefruit sein. Ne. Die ist mir irgendwie zu, zu pieksig in der Nase. So. Meine kleine Duftwelt. Handgemachtes Duftwachs. Sunny Banana Kiss. Oh, yes. Ich mag Bananendüfte sehr gerne. Also der erste Schnupperer war ein bisschen grenzwertig, aber jetzt kommt die Banane raus. Ja, ist sehr, sehr, sehr künstlich. Also so eine richtig doll, diese Bananen aus dieser Nashi-Tüte. Kennt ihr die noch? So riecht das. Das hat auch ganz viel Glitzer drauf. Das mag ich immer gar nicht, wenn auch den Duft wachsen, so Glitzer drauf ist. Aber doch, komm. Den packen wir mal auf die Vielleicht-Seite. So, und dann haben wir hier noch von Sensi ganz viele so kleine Duft-Pots. Da werde ich mich mal schnell durchschnuppern. Cherry Petals. Aber Leute, wie kriegt man die denn da raus? Dann, oh, Tangerine Fizzy. Das ist so ein richtig schön spritziger Mandarinduft. Zitrisch. Ja, könnte mir gefallen. Pack ich mal auf die Seite. Dann Mint to Be. Ein kleines Pöttchen. Rieche ich nichts. Dann Pink Haze. Rieche ich auch nicht wirklich was. Pima Cotton. Pima? Pima? Ja, das ist so ein richtiger Wäscheduft. Habe ich noch. Iridescent Pearl. Ist okay, aber reicht nicht für vielleicht. Satin Sheets. Ja. Ja. Ist so ein Cotton- bzw. Kaschmir-Duft eher. Und last but not least Cloth-Cloth-Line. Ja, das riecht wirklich wie so ein Waschmittel, ne? Frisch gewaschene, weiße Wäsche. Okay. Der Rest wäre dann wieder rein. Ich habe drei, vier Kandidaten auf der Seite. Schnupper ich am Ende nochmal durch und entscheide mich dann. Ach so. Fast vergessen, hier ist noch ein Duftöl drin. Eine Träum-Süß-Duft-Mischung. Alright. Wir kommen jetzt am Ende noch zu den Büchern. Die Yvonne auch wieder ganz vorbildlich hier verpackt hat. Hei, hei, hei. Oh, ich habe noch was vergessen. Ne, zählt auch zum Thema Bücher. Zwei Badewannbücher. Oh, sag mal. Die hat Yvonne wirklich gut vor Wind und Wetter geschützt. In Pappe eingepackt. Und nochmal in einem gelben Sack. Wahnsinn. Okay. Alright. Ich habe jetzt mal alle Bücher befreit. Wir haben hier zum einen einen Reiseführer zur mecklenburgischen Seenplatte. Dann ein Kinderbuch. Dann zwei Romane von Katharina Herzog. Bei Zimtzauber hat genau so ein Kurzroman, da hat meine Mama mal Interesse bekundet. Sie hat sich das Video von Yvonne nämlich angeschaut. Ja, ich lege es ihr mal auf die Seite. Da kann sie mal reingucken. Zu mir zurückgekommen ist Ewig und Eins. Aber da hat Yvonne schon gesagt, falls es zurückkommt, dann nimmt sie es. Also, ich packe es nochmal rein. Von Sigrid Nunes haben wir hier Der Freund oder Nunes. Eine Frau, die um ihren Freund trauert. Nein. Okay. Und hier noch ein Roman von Kimberly Freeman. Sterne über dem Meer. Das Cover ist super schön. Wow. Da geht es um ein Familiengeheimnis. Ja, das ist jetzt auch nicht so mein Ding. Wobei, sie wissen nichts voneinander, doch ein unsichtbares Band verbindet sie über die Ozeane hinweg. Eine dramatische Geschichte über zwei Frauen mit einem unbezwingbaren Willen, der sie alle Schicksalsschläge überstehen lässt. Klingt doch ganz interessant. Vielleicht tatsächlich auch für meine Mama. Ich werde ihr die Bücher mal zeigen und dann soll sie sich entscheiden. Okay. Also, das war jetzt mal der Inhalt. Ich werde mir jetzt eine Menge Zeit nehmen, um zu gucken, was ich tatsächlich behalten möchte und was dann auch wieder ins Paket reinwandert. Aber dazu nehme ich euch jetzt erstmal nicht mit. Okay, Leute. Die Entscheidung ist gefallen und vor mir liegt einfach so viel, was ich behalte. Oha. Okay. Wir starten im schnellen Durchlauf. Ich habe mir natürlich... Hoppala. Nicht runterfallen, Mausi. Ich habe mir das Katzenfutter für Moppelhoppel rausgenommen. Dann zweimal Katzenspielzeug für meine beiden. Dann werde ich auch diese Bamboo-Abschminkpads ausprobieren. Da werde ich mal... Da sind so viele drin. Da werde ich mal eins ausprobieren und vielleicht in der nächsten Runde nochmal wieder welche ins Paket zurückpacken. Also natürlich nur welche, die ich noch nicht benutzt habe. Ist klar. So, dann habe ich mir zwei Tees rausgenommen von Mesma. Einmal Erdbeerminze und einmal Apfelminze-Orangenblüte. Das sind die langweiligen Bezeichnungen. Eigentlich heißen sie Sprung ist Zauberland und Elixier der Elfen. Meine Mama freut sich riesig über dieses Duschgel. Sie wollte es gerade schon gar nicht mehr aus der Hand geben. Ich habe gesagt, ich muss es noch einmal in die Kamera halten. Das Family Duschgel von Santé in der Duftrichtung Bio-Kokos und Vanille. In meine Weihnachtsdeko-Kiste. Ich habe heute alles abdekoriert. Wann hat jetzt dieser Weihnachtswichtel? Und dieses Jahr Weihnachten darf er dann wieder rauskommen. Ich werde auch vorläufig mal diese Goldkette hier behalten in diesem Organza-Säckchen. Diese schöne mit den zwei ineinander greifenden Ringen. Ich werde sie mal probetragen und sollte sie mir nicht gefallen, dann lege ich sie doch wieder zurück ins Paket. Dann bleibt der Grießbrei. Die vier Düfte. Also einmal hier das große Pöttchen. Dann der Bananaduft. Den probiere ich aus. Und zwei Düfte von Sensi. Dann haben wir hier den goldenen Ring. Ich habe mich schlussendlich für diese zwei Masken entschieden. Und last but not least haben wir hier das Serum von Lavera, das bleiben darf. Eine fantastische Ausbeute. 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 Oder? Was sagt ihr? Ich bin ja im siebten Wanderpaket-Hümmel, glaube ich. Wie hat euch das Unboxing gefallen? Was hättet ihr euch auf jeden Fall rausgenommen? Schaut auf jeden Fall in der nächsten Runde bei Steffi vorbei. Ich packe das Paket jetzt neu. Packe von mir natürlich wieder ordentlich neue Sachen dazu. Und dann könnt ihr euch bei Steffi angucken, was neu dazugekommen ist und für welche Produkte sie sich entscheidet. Liebe Blober Family, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Denkt an mein veganes Wanderpaket. Ja, und wenn ihr Lust habt, dann gern bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.